aber wir haben noch die hier kommt er ok noch 12 schuss das ist aber noch ein bisschen was wenn man mit der waffe wenn man mal bedenkt boom 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 wie das hier alles weg sprengt so jetzt haben wir hier wieder ein bisschen davon amor full der lügt doch sag mal wo kommen die denn alle her jetzt reicht es aber irgendwann hier jungs da oben haben wir was rotes ok wir haben einen schlüssel gefunden na wieviel tausend kommen jetzt wieder einer du bist derjenige der mein kanonen zeug wahrscheinlich überlebt hat jetzt hier oh man das ist doch einfach nur nicht zum lachen mann und auch noch so ein teleporting fisch zu sie die mir gerade als boss hatten so sagst du wenigstens geradeaus ja ja fickt die henne jetzt mal ehrlich ja ja ich höre die stimme in meinem kopf aber ich weiß ganz was ich gerade machen soll wo bist du denn schlampe wo bist du stirb wo ist das Vieh ey Vieh ich habe eine überraschung für dich hallo hallo hm er war ja klar Tussi da oben fick dich ja da hinten boom heute nicht mehr meine freundin wula 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 wu wula wula wu ich habe die doch hier gehört ich mag aber dahin nicht nochmal zurückgehen wer weiß was ich da übrig gelassen oh sag mal dann dankeschön dass du mich beehrt hast morgen wieder dankeschön oh oh das heißt ja nichts gutes das wissen wir alle hier und auch sehr viele mini gun dinge zack 500 direkt an der zahl oh man was besteht uns vor ich wills gar nicht wissen jetzt ist gesaved worden war ja klar lass den mal alle spawnen wir verstecken uns da mal hinten und treiben die damit ein bisschen zusammen genau so habe ich mir das vorgestellt und dann einmal rein halten und fertig du nicht du nicht okay das sind so ein paar heimis hier unterwegs schreihälte zunächst zu gebrauchen die viecher am ende hin sprengen sich doch sowieso nur selbst in die luft und seltener mich nein so weit kommt es nicht ihr schweinepriester ihr schweinepriester so den haben wir ungenugt komme den burm da hinten schnapp ich mir auch noch irgendwann dann naja gut oh sonst geht es dir hier da hinten so who's next who's next oh 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 man oh man oh man das sind so viele nein spielt nicht mit mir spielt mit jemand anderem aber nicht mit mir okay okay man wow das war sauknapp das war nicht mehr knapp das war schon getroffen zu glück zu glück kramm die sich auch ein bisschen hier selber weg wuuu aua das sind ja gar kein ende mit dem blöden kühn aua okay jetzt reicht es mir aua verdammt der misst aber auch ey jetzt reicht es aber hier komm her blöde Kuh aua aua da war okay okay wow aua nein das war ein scherz man das kann doch alles nur ein scherz sein haut ab munition was haben wir noch oh man nummer 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 irgendwie was zum verstecken so ich hätte mir die mini gun ball jetzt auf jeden fall aufheben sollen gerade für die fischer ich hasse es sowas ne die die den vor den vor einem Verdammte Mistviecher aber auch Na gut Das war richtig scheiße Fast tot durch Eigenverschuldung Eine noch, die muss sitzen Jawoll So, danach reicht es aber mit Viechern, die kommen Ganz ehrlich Kann es sein, dass es grad dunkler wird? Hallo großer Wurm So, bitte Gott, lass es jetzt sein Ich hab noch 5 HP, jetzt ist gut Wir gehen da rein und Ruhe Dankeschön Affen bestimmt, ne Ah, wunderbar, meine lieben Freunde Wir haben The Dark Bridge geschafft Mhm, mal wieder auf normal gespielt So wie immer, der Time-Bonus beträgt bei uns Mal wieder auf Minus Wir waren mal wieder viel zu lahm Und zwar exakte 2 Minuten Ist nicht viel Aber es ist trotzdem schlecht Eine Stunde und 2 Minuten haben wir gezockt Das Level, coole Sache Naja Schauen wir mal, was das nächste bereit hält Wir haben wieder eine neue Waffe Wir haben neues Glück Aber nach dem Ladebildchen mache ich erstmal eine kleine Aufnahmepause Denn Ich Hab Hunger Okay The Power of the Underworld Hört sich natürlich super geil an Na gut Wir schauen uns nochmal ein bisschen hier um Mhm Hier kommen wir rein Ne Ach, keine Ahnung Pfff, mir egal So Wie es in diesem Chaos weitergeht Erfahrt ihr Gleich Oder beim nächsten Mal Bis denn Euer Dark Eli Werden Komitee Ich vergesse Tschah Oh Oh Weißt das ich soll nicht aufhören Ich werde es trotzdem tun Tschö Bis zum nächsten Mal.